Eine Autohasserin im Aufsichtsrat eines Autokonzerns. Klingt irre, ist aber tatsächlich Realität. Es geht um sie, um Julia Willi Hamburg, eine Grüne aus Niedersachsen. Vizeministerpräsidenten der neuen rot-grünen Landesregierung. Eine Radfahrerin, eine bekennende Autogegnerin. Und jetzt besetzt sie also eine der mächtigsten Posten bei VW. Sie sitzt im Aufsichtsrat. Die erste Autogegnerin im Kontrollgremium und die erste Grüne überhaupt. Darüber sprechen wir jetzt mit Bild-Politik-Chef Jan Schäfer hier bei uns im Studio. Schönen guten Morgen. Eine Grüne im Aufsichtsrat, also bei VW. Lass uns erst mal über diese Frau reden. Wer ist sie und welche Qualifikationen hat sie? Wir müssen einmal sagen, wer ist Julia Willi Hamburg? Sie ist Spitzenkandidatin der Grünen im niedersächsischen Landtagswahlkampf gewesen. War Fraktionsvorsitzende und ist gestern frisch zur Kultusministerin vereidigt worden. Ihre speziellen Fachgebiete sind vor allem das Thema Schulpolitik, queere Politik, Antirassismus. Das ist so der Dreiklang, in dem sie sich bewegt. Und ja, warum zu VW? Niedersachsen gehört rund ein Fünftel der Anteile an VW. Und deswegen hat natürlich das Land Niedersachsen auch das Recht, Politiker in diesen Aufsichtsrat zu schicken. In der Regel ist das der Ministerpräsident und dann der Wirtschaftsminister. Und jetzt ein Novum. Die Kultusministerin darf dort Platz nehmen. Der Aufsichtsrat Posten, welche Qualifikationen bringt sie denn mit? Julia Willi Hamburg ist jetzt lange, lange schon in der Politik, war wie gesagt zuletzt auch Fraktionsvorsitzende der Grünen, hat aber keine abgeschlossene Ausbildung, auch kein abgeschlossenes Studium, war eingeschrieben für unter anderem Philosophie und Politikwissenschaften, hat das aber nicht zu Ende gebracht. Man muss einfach sagen, sie hat diesbezüglich keine Kompetenz. Was wir hier sehen, das ist schon der Gipfel der Inkompetenz. Eine ausgewiesene Schulpolitikerin sitzt jetzt im Kontrollgremium, im 20-köpfigen Kontrollgremium des zweitgrößten Autokonzerns der Welt. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist ja auch nicht ohne Folgen. Man muss sagen, Jan, wir haben eben gerade auch darüber gesprochen. Normalerweise läuft es so im Leben, man lernt etwas. Der Bäckermeister lernt, wie man Brötchen backt und dann backt er Brötchen. Das bedeutet aber nicht, dass jemand anders das jetzt auch einfach kann. In der Politik, das kennen wir, da verwaschen sich diese Grenzen, da macht plötzlich jeder alles. Jetzt aber, der große Unterschied, trifft das offenbar dann auch für ein Unternehmen zu. Und das kein Unbedeutendes für Deutschland. Richtig, das Unternehmen ist natürlich zum Teil in Staatsbesitz. Und der Staat hat dann oder die Bürgerinnen und Bürger das Recht, jene zu schicken, die sie gewählt haben. Ganz klar, man muss sich das bloß immer, und du hast es gerade angesprochen, auch auf der Zunge zergehen lassen. Ein ganz normaler Handwerksmeister, nehmen wir mal einen Bäcker. Der würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, aber ich bin auch ein super Fliesenleger. In der Politik stellen wir fest, dass es offenbar gang und gäbe. Erst besitze ich Kompetenz, um Familienministerin zu sein beispielsweise. Danach kann ich auch noch Sozialministerin sein, wie wir es im Fall von Frau von der Leyen gesehen haben. Danach auch noch Verteidigungsministerin. Und jetzt bin ich auch noch Chefin der EU-Kommission. Das sind so viele verschiedene Fachgebiete, die da vereint werden. So schlau, glaube ich, kann ein Mensch gar nicht sein, es sei denn, er wäre dreifacher Nobelpreisträger. Und jetzt sehen wir in der Politik aber, und das ist das, was mich durchaus umtreibt, dass das auch wieder mal möglich ist bei Julia Willi Hamburg, eine ausgewiesene Fachpolitikerin für das Thema Schule, für das Thema Bildung, für das Thema queere Transformation, ist jetzt plötzlich Wirtschaftsfachfrau auch. Erklärte Fahrradfahrerin und Autogegnerin. Und die sitzt jetzt in einem wirklich, wirklich großen Autokonzern. Wie genau passt das zusammen? Und da muss man auch ganz klar sagen, alle Stimmen, die immer sagen, ja, es wäre doch so toll und frischer Wind. Frischer Wind wäre das auch. Nein, wir befinden uns in einer der größten Wirtschaftskrisen seit Jahrzehnten. Und ich glaube, man kommt aus dieser Krise nicht heraus, indem wir alle so auf unser Laienwissen stolz sind, sondern jetzt braucht es an entscheidenden Stellen auch wirkliche Experten und Profis. Klare Worte, Jan Schäfer, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Studio zu dieser Personale, die, vorsichtig formuliert, ein bisschen überrascht. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir.